Ich mache hier jeden Scheiß mit. Sieht aus wie ein Wichtel, ey. Was verschenken Deutsche laut Umfrage am meisten? A. Gutscheine, B. Socken oder C. Technik? Jeder kriegt einen Punkt. Stark, mach ich auch immer. Singen wir zusammen, ne? Mach ich auch immer, sagt er. Frage 2. Wer kocht bei Klinge das Weihnachtsessen? A. Seine Frau, B. Er selbst oder C. Jeder kriegt etwas mit? Hast du es immer noch nicht? Stark, Punkte. Kann ich verarschen? Ich dachte, du weißt es. Das war abgesprochen. Ich dachte, du weißt es. Was hast du denn gedacht? Seine Frau? Ja, seine Frau. Okay. Dritte und letzte Frage. Welcher Fußballspieler ist Rekordvorschützenkönig der Fußball-Bundesliga? A. Gerd Müller, B. Wobei Lewandowski oder C. Schauspische? Äh, vielleicht kann ich erinnern. Ich probiere es einfach mal. Mal was ganz Verrücktes. Ich hatte Gerd Müller, aber ich habe gedacht, das ist doch nicht zweimal A. Doch, du kennst sie doch. Natürlich ist das zweimal A. WES Framework. WES confirmieren === Ja, bei mir ist das sehr wahrscheinlich問題 dampf ש. Ich würde es euch interessiert, aber ich würde sie display meinen Olá she 됐en. Ich tue dir Compare.